Am 2. August startete in Neuzippendorf der eindrucksvolle Rückbau mehrerer Gebäude in der Pankoer und Magdeburger Straße. Die Häuser der Schweriner Wohnungsgesellschaft WGS sollen bis Ende Januar 2022 abgerissen werden. Zunächst wird ein 100 Tonnen schwerer Mobilkran sämtliche Dachplatten abtragen. Danach sorgt ein Hydraulikbagger für die restlichen Abrocharbeiten. Durch den Abriss wird laut WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig dem Leerstand und den damit verbundenen Kosten entgegengewirkt. Darüber hinaus wird ihm zufolge Platz für neue Ideen und Konzepte geschaffen. Danach soll hier ein Quartiersabschnitt mit Wohnen für junge Familien entstehen. Das ist ganz konkret ein Aufbau von 100 Reihenhäusern, die man mieten kann und vermutlich zwei Punkthäuser in die kleinere Apartments kommen. Der Baustart soll im März 2022 erfolgen. Vorher möchte der WGS-Chef den Ausgang der Landtags- und Bundestagswahlen im September erwarten, da sich die Förderungsmöglichkeiten für das Bauvorhaben an den Regeln der künftigen Energiepolitik orientieren. Zusätzlich wird auf eine andere Entscheidung gewartet. Wenn die Stadt Neuzippendorf als Standort des Regionalen Bildungszentrums Gesundheits- und Sozialwesen festlegt, möchte die WGS dort ein Mehrgeschosse als Internat bauen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.